Hallo, schön Sie zu sehen. Ich bin Pepper, der kleine Roboter von Hefel Wohnbau. Heute habe ich eine besondere Aufgabe bekommen, ich darf Sie zur Jubiläumsfeier der Hefel Immobiliengruppe einladen. 70 Jahre erfolgreiches Unternehmertum, das darf gefeiert werden. Gemeinsam gehen wir auf eine Zeitreise, denn auch in Roboterkreisen ist allgemein bekannt, nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht. Aus diesem Grund knüpfen wir dort an, wo alles begonnen hat, beim Pionier, der dieses Unternehmen gegründet hat, bei den Eckpfeilern von Hefel Wohnbau, Grabherr der Baumeister, Riva und Smart Home, die bis heute für die Geschäftsidee der Immobiliengruppe tragen sind. Und beim Terminal V, der einzigartigen Digitalisierungsplattform, die uns dabei helfen wird, den nächsten großen Schritt in unserer Geschichte zu machen. Wo und wann das Fest stattfindet, sehen Sie, in der Einladung. Sie möchten dabei sein, dann reserviere ich Ihnen gerne ein Ticket. Schreiben Sie mir unter 70.jahre.hefel.at Bis dann, ich freue mich, Ihr Pepper. Bis dann, ich freue mich. Bis dann, ich freue mich. Bis dann, ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020